Wir hätten das alles gemacht, nicht sollen, aber gut. So, unsere Armee steht bereit. Ich glaube aber, ich mache einen Abstecher zu der Höhle da drüben erst einmal. Guck, was ich in der noch so finde. Und ja, das hat uns ziemlich viel Geld gekostet. Allein schon, weil ich zuerst aus Versehen auf Upgraden geklickt habe und dann auf Nachfüllen. Aber dafür haben wir jetzt ziemlich kampfstarke Berserker. Ich glaube, das letzte wirklich, was wir in der Mission machen müssen, ist die Festung zerstören. Also, vorher sollten wir die gesamte Karte dann erkundet haben. Goldstücke. Oh, eine Monsterhöhle ist das. Eine kleine Höhle, also einfach. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist das. Ach krass. Auch den Mahlertank von der Wolfscroove, ok. So, noch mehr Steinchen. Also ja, bis jetzt läuft eigentlich alles recht smooth mit den Orks. Vertreff den verräterischen Clan-Häuptling aus Ugdug, mhm. Ja, ja, ja. I agree with you. Ja, ja, ja. So, da kommt die Hauptarmee. Ich bin strong. Ich? Really? We are under attack. Ihr verkeilt euch da irgendwo ein Stein, das ist nicht gut. Äh, wo sind meine... Personally? You've never dreamed of that? My troops are under attack! Wow, how are you gonna take it? We are under attack! Ah, das wird... ne unschöne Sache gerade. Me. Now that's what I call magic. Agreed. Yes. Yes. Yes, in the same way. Yeah. As you wish. Okay, habe ich einen Quick Save? Ja, ich habe einen Quick Save. Bitte lasse das auch ein vernünftiger Quick Save sein. Nein, ich habe Team Marker verloren. Ist egal. Es sind sowieso nur zwei gewesen. Pillage. I agree with you. What? You've never dreamed of that. Yes. Bill! Cut them down! What? Oh, if not us. With pleasure. Locken wir die erstmal an, die Gegner. Now that's what I call magic. Oh, if not us. Yes. Can't go on without us. Hmm? Yes. I agree with you. Yeeha! Hmm? Billage. Cut. I thought so. I agree with you. So, wenn der Schamane weg ist, der Gegnerische, dann ist das schon mal viel einfacher, glaube ich. Personally. Yes. I agree with you. I agree with you. Ha! Billage. Äh, ja. Was hat mir jetzt was genau gebracht? Fools! Who are you going to believe? This shaman is out of his mind. The Empire will crush you. Go back to your huts. And all will be forgiven. It's up to the great clan chief to decide whom to forgive and whom to punish in these lands. You are to leave these lands immediately, Agrima. If you disobey, you will be executed. Oh, Beryllus. You have granted us freedom. We are ready to join you under the banner of Wrath. But first we must gather an army. Any orc old enough to hold a club should come to us. What's the matter? You look troubled. Endless are the troubles of our clansmen indeed. We are terribly short of stone because our quarry is blocked by demons. Please, do something about it. It will be good practice for them before a serious battle. Na toll, unser Geist steht auch wieder hier rum. Oh, und wir haben jetzt nur noch wieder unsere normalen Truppen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich gehe. Ähm, hallo. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. In the same way. Berser kann ich mir bewegen. Wer hat sich denn den Mist ausgedacht? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Me? Really? Yes. What? I'm going. Yes. Ich sehe hier auch nur vier. Äh, ernsthaft, da muss ich noch mal neu laden. Und das kannst du noch mal machen. Hm. Ernsthaft? Personally. I thought so. What? Really? Us? Das heißt, ihr beiden gebt doch mal alles ab. Yes. Hm? Hm? Personally. Yes. I'm going. I thought so. Oh, Farbe hat sich aber geändert. Hm. Ohhhhh. 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 Now that's really. Not it. Stand to death! Hmm? Destroy. Me? Really? Die. So ein paar Leibeigen. Ich darf festhängen. Das ist jetzt wieder scheiße. Geht den scheiß Schamanen töten. Der ist unser Hauptproblem. Na gut, den verlieren wir eh, also es ist mir wurscht. Ich dachte so. Wir wissen unsere eigenen Worte. Und diesmal sind unsere Truppen auch frei. Oh, if not us. Das ist ein Gift. So, habt ihr irgendwas für uns zu tun? Nein, gerade nicht. Das ist ein Gift.